Im Detail über die jeweiligen Positionen spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur des Aktionärs, zugleich auch Hüter des Aktienmusterdepots, da ganz herzlich hallo, Markus Horndrich vom Andega Magazin der Aktionär. Hallo, herzlich willkommen. Herr Horndrich, ich habe es gerade schon gesagt, das Aktienmusterdepot hat im Zuge der Korrektur ebenfalls etwas verloren. Ist das denn jetzt schon ein Grund, etwas beunruhigt zu sein für Sie? Nein, nicht unbedingt. Also so eine Korrektur ist natürlich immer unschön, gerade auch, weil viele Leute oder viele Leser das Aktienmusterdepot nachbilden. Ist es natürlich schade, aber man erwischt grundsätzlich nie das Topper im Ausstieg und auch nie das Slowper im Einstieg. Insofern, glaube ich mal, muss man die Korrektur einfach mal aussetzen. Wir sehen ja heute schon eine erste kleinere Gegenbewegung. Ich denke mal, die wird sich jetzt möglicherweise in den nächsten Tagen fortsetzen. Mal schauen, wie es sich der Markt gibt oder ob er neue Stärke aufbauen kann. Grundsätzlich können wir natürlich, Sie haben es ja schon gesagt, wir sind mit etwas über 10 Prozent im Plus seit Jahresanfang ganz zufrieden sein. Zumal, wenn man sich den Vergleich zum DAX heranzieht, der mit, ich glaube, minus 4, minus 5 Prozent seit Jahresanfang notiert, ganz zufrieden sein. Das ist auch gerade eingangs schon erwähnt. Kenkomm ist hier nach wie vor der Highfly im Depot. Ich glaube, über 70 Prozent notieren die Papiere hier in ihrem Depot im Plus. Es sind jetzt aber zuletzt doch etwas unter Druck gekommen. Haben Sie vielleicht jetzt sogar schon das Top zum Aussteigen verpasst oder halten Sie noch ein bisschen daran fest? Ja, wir hatten ja bisher immer gehofft, dass die 40-Euro-Marke mal herausgenommen wird. Die Aktie hat sich eigentlich jetzt im Zucker der Korrektur auch ganz gut gehalten. In den letzten zwei, drei Tagen ist sie als einer der fast letzten Bastionen noch mal unter Druck geraten. Und ja, grundsätzlich ist so eine Korrektur eigentlich nichts Schlimmes, gerade jetzt bei Kenkomm, weil man jetzt auch, wie man den Chart etwas länger heranzieht, Korrekturen immer schnell wieder aufgeholt hat. Auch heute gehört die Aktie zu den Tagesgewinnern des Top 1 im TechDAX. Also solche Korrekturen werden auch gern mal wieder für den Einstieg genutzt. Grundsätzlich gibt es aus fundamentaler Sicht auf jeden Fall keinen Grund, Angst zu haben. Wir hatten sehr gute Q2-Zahlen, Umsatz plus 35 Prozent, operatives Ergebnis weit über 40 Prozent gesteigert. Also hier muss man, was die fundamentalen Rahmenbedingungen betrifft, keine Angst haben. Ich gehe auch davon aus, dass das zweite Halbjahr sehr gut ausfallen wird. Ich habe in den letzten Sendungen zum Depot schon öfters gesagt, dass man jetzt gerade in den USA, was das Cloud-Geschäft betrifft, ein bisschen Gas geben wird, meiner Meinung nach. Die haben, Kenkomm hat die neue Tochter HPM im Bereich der eigenen Cloud-Lösung geschult. Der Vertrieb kann jetzt starten. Man hat ja bereits bei HPM namhafte Kunden wie eine Twitter beispielsweise, wo man jetzt eben mit Cloud-Lösungen in die Offensive gehen kann. Und ich denke mal, dass auch beispielsweise die Kooperation mit Hewlett-Packard hier Früchte tragen wird und wir letzten Endes ein gutes zweites Halbjahr sehen werden. Ich denke mal, so gesehen, dass wir bei Kenkomm wieder höhere Kurse sehen werden. Man muss natürlich schauen, wie sich der Kurs insgesamt entwickelt. Die Fundamentaldaten sind eine Sache, das Kursverhalten, die andere. Man hat ja schon gesehen, dass gerade zuletzt viele internationale Investoren aus dem deutschen Markt ausgeschieden sind, Positionen glattgestellt haben. Das könnte natürlich auch bei einer Kenkomm passieren. Und wir haben den Stopp platziert. Wenn er gerissen wird, sind wir auch draußen aus der Position mit einem ordentlichen Gewinn. Und wenn nicht, lassen wir den Gewinn einfach laufen und hoffen, dass die 40-Euro-Marke in den nächsten Monaten, ich glaube Wochen braucht man erstmal nicht sagen, herausgenommen wird. Ich wollte gerade sagen, die 40-Euro-Marke haben wir in den Langfrist-Charts gesehen, da ist so ein bisschen der Deckel drauf, schon seit ein paar Monaten. Wenn diese Marke herausgenommen wird, wäre das vielleicht auch nochmal ein Grund, noch ein bisschen zuzukaufen bei Kenkomm dann? Ja, wir haben sie schon relativ hoch gewichtet, deswegen würden wir es nicht machen. Aber dieses Kaufsignal könnte man schon für eine Trading-Position, wenn man die Aktie zum Beispiel noch nicht hat, schon umsetzen. Bei Apple, da stehen die Kursampeln auch noch auf grün, auch noch eine sehr starke Position in Ihrem Depot. Korrekturspuren bislang weit und breit nicht zu sehen. Kommt der Absturz hier vielleicht erst mit Verzögerung? Ach, ich denke, ich glaube eigentlich nicht. Also die Aktie hält sich ja im Rahmen der Korrektur, Sie haben es ja schon gesagt, sehr gut. Und die kleine Schwäche, die wir gestern, vorgestern gesehen haben, hat mehr damit zu tun, dass es neue Gerüchte gibt, dass das iPhone vielleicht etwas später kommt, das neue iPhone, iPhone 6. Ja, grundsätzlich kann es sein, man wird sehen, der nächste Event, den man auf die Timeline gesetzt hat, ist Mitte September. Bis dahin muss man sich mit Sicherheit gedulden, was die Präsentation neuer Produkte betrifft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man hier auf alle Fälle zumindest einen Hinweis gibt, wenn es denn nicht veröffentlicht wird schon oder auf den Markt kommt, das iPhone. Also ich denke fast eher, dass es früher kommt als später, weil die ganzen Zulieferer schon eifrig daran sind, in Produktion zu gehen. Insofern glaube ich eher, dass die Verzögerung nicht stattfindet. Unabhängig davon, die Stärke der Aktie spricht ganz klar dafür. Wir haben mit den neuen Produkten einen ganz guten Trigger für weiter steigende Kurse. Das Allzeithoch ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Ich denke mal, dass wir eher neue hochsehen werden als neue Tees bei der Aktie. Eine kleinere Korrektur will ich jetzt grundsätzlich nicht mal ausschließen, aber das wäre für mich eher nochmal die Chance zum Einstieg. Es gibt ja nicht nur die neuen Produkte als möglichen Kurstreiber. Da gibt es viele andere Argumente, Aktienrückkäufe, die Dividende ist mittlerweile nicht ganz unerheblich. Also insofern glaube ich, dass wir weiterhin steigende Kurse sehen werden bei Apple. Also bei Apple, Cancom und was war es noch? Herr Hohentrich, helfen Sie mir kurz. Apple, Cancom und... Ja, wir haben noch VTG, Aurelius, Apple, KF. Da ist alles noch im grünen Bereich. Genau, jetzt müssen wir aber auch über die Sorgenkinder sprechen. Herr Hohentrich, VTG, wie gesagt, fiel ja zuletzt unter 14 Euro. Konnte sich jetzt aber auch wieder ein bisschen erholen. Ist hier vielleicht langsam an der Zeitpunkt dann doch gekommen, sich zu verabschieden. Ja, die Schwäche ist durchaus etwas überraschend und der abrutscht in den letzten Tagen schon bitter, zumal die Aktie ja auch erst relativ frisch im Depot ist. Auch hier markttechnisch etwas angeschlagen, da muss ich Ihnen zustimmen. Wir haben auch bei 11 Euro unseren Stopp, wird der gerissen, sind wir logischerweise draußen. Fundamental ist die Aktie, war ja bei uns top tip spekulativ. Es gibt gute Gründe, warum die Aktie eigentlich steigen müsste. Die Fundamentaldaten sprechen auf alle Fälle dafür. Man wird einen Gewinnsprung hinlegen können. Sie wissen ja, VTG vermietet Tankcontainer beispielsweise für die Eisenbahn. Alles, was quasi transportiert wird, läuft über VTG-Container. Und die werden in einem gewissen Zeitraum abgeschrieben, diese Abschreibungen, oder ein Großteil dieser Abschreibungen fällt weg. Daher wird die Firma einen vernünftigen Gewinnsprung hinlegen. Ob das dann der Markt in steigende Kurse umwinzen kann, muss man sich erst noch erweisen. Grundsätzlich, ich glaube, das niedrigste Kursniveau wäre eigentlich nochmal eine gute Chance zum Einstieg. Leider sind wir bei 16,20 Euro, glaube ich, eingestiegen. Haben jetzt 1,50 Euro, 2 Euro draufgezahlt bisher. Aber ja gut, das Jahr ist noch etwas länger. Ich denke mal, wir werden auch wieder bessere Kurse bei VTG sehen. Erfreulich, es gab es hier von Aurelius zu vermelden und das auch gleich im Doppelpark. Mit der Schweizer Tochter Connectes hat man jetzt eine weitere Tochter verkauft. Zuletzt hat man ja eine ungarische Tochter verkauft. Die erwartete Sonderdividende, die dürfte dann nach diesem erneuten Superdeal dann noch üppiger ausfallen. Aber der Wert im Depot steigt trotzdem nicht so richtig. Was ist denn, was hemmt denn hier? Naja, die Meldungen kamen zu einem ziemlich schlechten Zeitpunkt. Mitten in der Marktkorrektur eigentlich zwei eigentlich sensationelle Meldungen zu bringen, ist natürlich unglücklich. Ich sage mal, in einem normalen Marktumfeld wäre die Aktie Richtung 30 gelaufen, würde ich mal schätzen. Ja, die Meldungen an sich, wie Sie schon sagten, sind top. Ob die Ungarische Tochter, die Sie sich angesprochen haben, dürfte man so mit 30, 35 Millionen Euro verkauft haben. Connectes hat man ja schon gemeldet mit 40 Millionen Euro. Das heißt, dass man nochmal 75, 80 Millionen Euro erlöst hat jetzt im Quartal. Das heißt natürlich, üblicherweise werden 50 Prozent der Erlöse ausgeschüttet. Sprich, es schnitten 30, 35 Millionen Euro zur Verfügung. Und damit, wenn man dann die Basisdividende von 70 Cent, vielleicht wird sie sogar auf 80 Cent erhöht, dann hinzurechnet, dann lässt sich eine Dividendrendite von 7 Prozent rund ermitteln. Also die Aktie wird mit Sicherheit auch für Dividendenjäger interessant. Und man kann davon ausgehen, dass die ein oder andere Beteiligung im Laufe des Jahres vielleicht noch verkauft wird. Also die Exit-Pipeline ist noch nicht ganz leer. Der ein oder andere Kandidat ist schon noch hier vorhanden. Und ich denke mal, dass hier vielleicht auch noch was kommt. Ja, wir sind auch gespannt, was da noch kommt. Sie werden uns sicherlich auf dem Laufenden halten, Herr Horndrich. Erstmal ganz herzlichen Dank für das kleine Update zum Aktienmuster-Depot. Und lassen Sie sich auch weiterhin hier nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, gerne.